hallo ihr lieben da draußen an die monitoren oder an euren handys ganz kurze info es ist so warm hier oben bei mir in der dachstube ich kann im moment nicht singen einfach zu heiß und deswegen gönne ich mir mal wieder eine kleine pause ja ich verspreche euch wenn es kühler wird dann geht es weiter habt alle noch einen schönen tag und vor allen dingen kühlt euch gut ab füße in der wanne sage ich immer in so eine fußwanne oder einmal schön wie auch immer nehmt euch eine riesen portion eis und dann lasst es euch gut gehen tschüssi eure umilo